Der VfB Stuttgart hat in den letzten Minuten des Transferfensters jetzt im Sommer doch noch einen neuen Innenverteidiger gefunden, der wohl als Mafropanus-Ersatz gelten soll. Und zwar handelt es sich dabei um Anthony Rouault, der vom FC Toulouse aus Frankreich kommt. Er kommt aus deren Jugend, ist also bestens ausgebildet und war die vergangenen zwei Saisons schon Stammspieler. Erst in der zweiten Liga, als sie aufgestiegen sind und vergangene Saison in der ersten Liga in der Liga A war er tatsächlich sogar noch ärger gesetzt und verpasste nur ein Spiel in der Liga und auch im Pokal konnten sie ja den Titel holen. Dennoch ist er jetzt so ein bisschen außen vor. Aktuell spielt Logan Costa neben seinem vorherigen Partner Nico Leysen und dementsprechend spielt er aktuell keine Rolle. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat, denn der lief nur noch bis 2024. Dementsprechend hat der VfB jetzt zugeschnappt und kann da ein richtiges Schnäppchen machen. Zunächst ist es aber erstmal nur eine Laie, aber mit einer Kaufpflicht, die eben greift, wenn der VfB die Klasse hält. Und die ist halt wirklich ein absolutes Schnäppchen für den 22-jährigen französischen Innenverteidiger. Denn letzte Saison konnte er seinen Marktwert auf 10 Millionen Euro steigern, aber diese Ablöse würde dann nur 3 Millionen betragen. Und das wäre schon ein richtiges Schnäppchen für den VfB. Und da bekommt man auch wirklich einen sehr talentierten Spieler, der aber durchaus im Hier und Jetzt schon gute Qualitäten vorzuweisen hat und auch eine Soforthilfe sein kann. Kommen wir nun zu seinem Spielerprofil. Und das ist durchaus interessant. Man sieht, er ist torgefährlich. Gut gegen den Ball kann man natürlich von einem Innenverteidiger erwarten. Und er ist auch durchaus spielsteig dafür, dass er in einer eher schlechteren Mannschaft gespielt hat bei Toulouse im Vergleich zum Rest der Liga. Und ich habe ihn dann auch direkt mal mit einem Mafropanus verglichen, den er ja mehr oder weniger ersetzen soll. Und das sieht dann schon sehr interessant aus, da sie sich extrem ähneln. Man sieht hier, Mafropanus ist der rote. Die sind eigentlich in allen Bereichen ziemlich ähnlich. Nur, dass Mafropanus halt in allen Bereichen noch einen Tick besser ist. Aber der ist ja auch in seiner Entwicklung viel weiter und hat ja auch dementsprechend mehr Ablöse gekostet, beziehungsweise dem VfB eingebracht. Und nun hat man es eben in einen ähnlichen Typ Innenverteidiger investiert, der eben auch noch das Potenzial hat, sich ähnlich zu entwickeln. Und dann halt eben ein ähnlicher Spielertyp auf ähnlichem Niveau wie Mafropanus zu sein. Also wir sehen hier eben, beide Spieler sind wie vorhin angesprochen torgefährlich, gut gegen den Ball defensiv und aber auch recht spielstark mit dem Ball am Fuß. Das einzige, was Mafropanus noch als weiteres Element hat, was ein Rouault nicht zu bieten hat, ist dann eben das Dynamische. Also Mafropanus ist viel schneller, hat einen deutlich besseren Antritt und da kann ein Rouault nicht mithalten und wird das wohl kaum noch entwickeln in seiner weiteren Karriere. Er ist nicht ganz so schnell, dementsprechend nicht so dynamisch, kann man hier sehen. Er hat wenig Progressive Carries, also er ist jetzt keiner, der mit dem Ball am Fuß eine große Distanz zurücklegt und den Ball nach vorne treibt. Zudem auch weniger progressive Pässe erhalten und das lässt einfach darauf schließen, dass er weniger dynamisch ist. Auch die Gegner weniger antrippelt, wie es ein Mafropanus getan hat. Kann statistisch gesehen natürlich auch daran liegen, dass Mafropanus öfters mal Rechtsverteidiger gespielt hat. Zumindest, dass er sich dann so verschoben hat, dass man in einer Viererkette aufgebaut hat mit Mafropanus rechts hinten. Rouault hingegen traue ich das nicht unbedingt zu. Er hat in seiner Karriere bis jetzt nur innen verteidigt. Er ist Rechtsfuß und da sehe ich ihn ehrlich gesagt auch eher zentral. Vielleicht kann er einen Halbverteidiger spielen, aber einen Außenverteidiger jetzt in einer Viererkette, auch in einem Viereraufbau, das sehe ich ihn nicht unbedingt. Er sollte schon eher zentral bleiben, kann da eben auch seine Spielstärke gut einbringen, aber jetzt nicht unbedingt auf Außen. Deshalb schon ein ähnlicher Spielertyp wie Mafropanus, aber natürlich kein 1 zu 1 Ersatz, sowohl vom Spielertyp als auch von der Qualität, aber definitiv vielversprechend, passt aber auch so gut rein. Generell ist Tönes ja taktisch sehr flexibel und ich glaube, dass er ihn auf jeden Fall gut einsetzen wird und auch weiß, wie er ihn einzusetzen hat anhand seiner Stärken. Da ist er einfach ein Trainer, der das gut handeln kann und ja generell gut mit Talenten kann. Und dementsprechend traue ich einem Rouault eine richtig gute Entwicklung zu beim VfB. Und für den Preis macht man da überhaupt nichts falsch, dass noch zu so einem späten Zeitpunkt im Transferfenster genau die Möglichkeit ergriffen. Verdient auf jeden Fall Respekt, dass man noch so einen guten Transfer rauszaubern konnte und ich kann dem VfB da nur gratulieren. Viel Spaß mit dem Jungen, der wird sich auf jeden Fall ordentlich entwickeln. Und jetzt interessiert mich noch eure Meinung. Teilt ihr meine Einschätzung? Seht ihr es anders? Lasst mich gerne eure Meinung zu Rouault in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!